Jeder spricht von Selbstwert, Selbstliebe, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und so weiter. Meistens kommt der Satz, ja wenn es nur so einfach wäre. Doch ist es. Es geht um reine Bewusstwerdung. Und in diesem Seminar, der wahrscheinlich der wichtigste Kurs deines Lebens ist, zeige ich dir auf einfachste Art und Weise diesen Schritt zu deiner Bewusstwerdung. Damit dir bewusst wird, dass nicht Ärger, Trauer oder dich verlassen fühlen oder Krankheit dein wahres Leben ist, sondern Glück, Freude, Erfolg, Gesundheit. Und dass du alles verändern kannst, wenn du möchtest. Und diese Bewusstwerdung möchte ich dir gerne aufzeigen. Ich freue mich, dich auf diesen wahrscheinlich wichtigsten Weg begleiten zu dürfen.